Bist du gerne in die Schule gegangen? Anfangs ja, aber irgendwann ist es mir so vorgekommen, als ob jeder das Gleiche machen soll. Ich denke, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch hat Stärken, wo der andere Sinn nicht hat und andersrum. Wenn einer zum Beispiel sehr kreativ ist und schlecht in Mathe ist, dann finde ich es ein bisschen unfair, weil es halt kein Hauptfach ist und kein Fokusfach. Und das war so ein bisschen mein Problem und dann bin ich irgendwann einfach nicht mehr hingegangen.